Ich erinnere mich. Die haben sich zu Tode gelacht. Das war so schön. Das erste Mal haben wir so gesehen, was zum Teufel ich überhaupt hier mache. Aber ist das so? Rumänen sind doch Vampire, oder? Ja, natürlich. Findest du interessant? Wir haben wieder was über Celes erfahren. Er hat Eltern. Ich hab Eltern, ja. Ich bin kein Batman, nee. Und sie haben ihn nicht verstoßen? Also, kein Batman? Ich glaube, wenn ich ein DC-Charakter wäre, wäre ich Joker. Der wäre auf jeden Fall verrückt. Aber er liest nicht so viele japanische Comics wie du. Das stimmt, ja. Oder ich werde Deadpool. Einer von beiden, ja. Ich glaube, ich werde Deadpool. Dafür bist du nicht brutal genug. Meinst du? Ja, mein ich. Das war witzig. Ich komm aus. Alter, der Rikos hat mich auch da rein. Und dann Dritter. Ich hab die ganze Zeit hinter euch gelaufen. Bis 1 und 4. Oh, hab ich tatsächlich noch unverdient gewonnen. Obwohl ich die ersten beiden Rennen so scheiße gefahren bin. Perfekt.